so ist es schon aufgefallen ist hat immer fast in jeder folge so wenn es anfängt das ist normal bei mir okay und nachdem letzte folge dann doch recht schwer war also wir kamen wieder langsam voran wir haben wieder unsere heiltränke ausgeschlürft waren wieder im heiltrank beziehungsweise gesundheitstrankmangel bin ich noch mal zurückgegangen muss ich für schande von mir sagen habe ich jetzt offline gemacht und habe mich hier noch mal ein bisschen ausgestattet habe dann auch dementsprechend wenig kohle mittlerweile wieder ich hoffe da kriegen wir noch was rein und was ich noch gemacht habe ist hier wieder erwecken wieder erwecken wieder erwecken wieder erwecken da kann jetzt unser set ein paar mal sterben bevor er dann den endgültigen tod findet gut was ich jetzt eigentlich noch gerne machen würde ist mich neu ausstatten es dauert jetzt vielleicht zehn minuten noch oder so ich will ich aber jetzt trotzdem in der folge noch mal tun weil wir haben hier allerlei neues zeug eventuell können wir nämlich dann dadurch auch bessere waffen tragen und sowas und kommen natürlich dann noch besser voran ist klar ne set das ist auch noch mal set hoffe mal die können das alles jetzt tragen noch ja bisher geisterrüstung ja immer hier kommen keule 29 bis 31 na kampffähigkeitspunkt hinzufügt das aber und der schaden muss immer noch mal gucken wo der schaden ist ich habe jetzt wieder ein paar tage ausgesetzt 45 49 ja aber gut mana brauchen wir im prinzip gar nicht und da kam fähigkeitspunkt keine ahnung was das genau bringt mehr schaden glaube ich aber und jetzt nicht so das kriegst du geheimer doch geheimer zerquetscher des fährt versprechend geil fügt neuen rüstung hinzufügt ein nahe kampf hinzufügt ein fernkampf hinzufügt elf gesundheit für zu fügt ein maler hinzu und 12 prozentige chance ein der ist geil aber 25 bis 30 nur nur 25 bis 30 obwohl schaut mal so gering mehr weniger schaden macht der gar nicht wir behalten den also den behalten wir oder was haben wir hier ist es nur 65 die dann da steht währendkampf an währendkampf punkt hinzu es kann doch nicht sein 55 höchstens oder den verkaufen wir gleich den legen wir nochmal hier rein was haben wir hier für ein ring rüstungspunkte ein amulett ist es kein regen sieben gesundheit dass immer die rüstung doch lieber so den verkaufen auch gleich ist den haben wir doppelt ja mein ring rüstungspunkte und plus 37 gesundheit 7 gesundheit drei rüstung nehmen ein gesundheit und team lieber noch mal rüstung an aber dass das ist jetzt suspekt das ist jetzt suspekt da weiß ich jetzt gar nicht gott ist es auch schnelle angriffsgeschwindigkeit wir behalten glaube ich die keule es ist aber geil es bringt rot ein fernkampf auszuweichen fügt ein fernkampf fähigkeit hinzu dass die eigentlich gar nicht brauchen aber wenn wir der die waffe geben hat die dann im fernkampf angriff das interessiert mich jetzt mal sorry es muss jetzt kurz mal noch mal ja gut kann man nicht ausprobieren brauche an stärke ist klar ja nee ist klar wir behalten die keule hier überhalten jetzt erstmal die keule ja komm die nehmen wir gut die eisstiefel können wir noch nicht tragen benötigen wir noch ein bisschen stärke dieses ausrüsten immer tut mir leid ich weiß verteidigung 8 verteidigung 6 aber guck mal her 42 gesundheit naturzauber fähigkeit hinzu cool gleich mal set auf die zwei punkte konntest mir jetzt auch nicht an so du denn irgendwas da hat die geilen waffen hier die sind zweihändig oder eine schnelle angriffsgeschwindigkeit tatsächlich aber können wir noch nicht tragen aber die sind auch scheiße aus wobei eine wird ich würde mir gerne was davon aufheben weil ich hier möchte wie sie später aussieht so was hast du hier da nehmen wir doch gerade mal das sagt sagt den stab kannst du noch nicht tragen behalten wir im inventar das bekommt 8,2 hände zweihändig dann haben wir schon oder nee hat er noch eine bessere rüstung gucken wir gleich 7 gesundheit der trägt noch kein amulett ziehen wir das daneben an gesundheit kann ja nicht schaden spitzhaube weg damit ein stapel hältst du mein inventar irgendwann kannst du den tragen intelligenz 16 intelligenz 14 ja wobei vielleicht kann der den ja schon nehmen inventar ist voll gut waffe weg nee das ist unser fern und danach kämpfer auch ich wollte schon sagen natur zauberer zehn rüstung gehen wir noch mal set man stirbt wie gesagt man stirbt der noch eher wobei zehn rüstung so viel weniger ist es nett und der hat halt hier da endlich mal sein 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 umhang nicht sein dann robe an oder kutte wie es hier heißt wir behalten wir geben das dem wir haben ja genug wieder erweckungs zauber mittlerweile schild brauchst du auch nicht so du hast nämlich zwei handwaffen wo der bogen ist ja geil das eisbogen was haben wir denn hier 17 gesundheit ja 10 rüstung 17 gesundheit ich glaube wir nehmen das dann kriegst du ein anderes amulett was trägst du sieben gesundheit und ich habe kommen hier noch mal 7 und sagt wie wäre es wenn du das noch mal kriegst du hast aber auch ein amulett frei rüstung da kommt geben was in der natur zauberer der hat noch keins und hier habe ich einen geilen helm und allen hell habe ich kommen kann ich tragen nein stärke 19 ok warte ich halt noch ab hier schilder hier ok schilder hier nicht 17 gesundheit wie sieht es hier bei dir aus du hast acht rüstung 11 aber der trägt schon eine geile kutte das heißt den rest verkaufen wir hier wieder sagt sagt du hast keine besseren sachen ne nope gut können wir rein jetzt müssen wir uns entscheiden wahrscheinlich die wut haben wir schon und wiederbelebung kann ach guck mal hier aber die haben wir schon dass du wenn wenn jemand noch stirbt unser magier kann der den auch wieder erwecken das haben vielleicht uns umsonst die rollen geholt naja umsonst ist nie was umsonst ist nie was gut du bist dran bögen kriegt natürlich unsere gutste hier den stab wollten mit dem hier geben auch guck mal hier haben wir noch mal kutte gewandt 11 und ist natürlich schlecht ja ja gut verkaufen war ich jetzt egal ist scheißegal und da ist er starb intelligenz 16 ja auch mal bringt ihnen so stich schaden oder so gut schild 7 schild 5 17 gesundheit 21 gesundheit da haben wir doch schon ein besseres schild intelligenz 13 nahkampf fähigkeit er brauchten als intelligenz magier nahkampf wer braucht also manchmal verstehe ich die wie sie die werte moment fügt zwei schaden nahkampf waffe zu treffen was ich schraff das manchmal nicht warum die hier maler punkte verwenden ihr nett maler punkte sondern einfach ihr wisst was ich meine deutsche waffen die magier tragen nahkampf schaden die greifen doch eh nicht so an schwachsinn oha was ist das was ist das skelett herbeirufen geilo milo aber du hast keine dings mehr hier lebenssauger schwächen wut flamme fire shot ist eh so schlecht mittlerweile nehmen wir skelett herbeirufen wobei du es noch eigentlich noch gar nicht verwenden kannst weil sie das halt noch mal im inventar schade es wird gerne mal so ein skelett herbeirufen die zweikampf waffen ist nächstes schild ist schlechter das ist auch schlechter man entränke brauchst du nicht die verteilt macht unsere magier irgendwann wird wird auch mit auf unsere magier man wird bestimmt auch mit dem man entränken knapp wobei da haben wir noch genug ich weiß es ist langweilig ich weiß aber ich will mich ja auch gut ausrüsten so stärke 17 haben wir noch mehr kommen schlechter stärke 17 geben wir mir noch mal stärke 17 so auch bei dem wir in die haltränke ziemlich knapp da müssen wir noch mal schauen ja gut da kommt wieder wahrscheinlich 65 strafft ist nett nicht werter buggy oder was ich gebe die denn mal was haben wir hier für schuhe tragen wir 42 gesundheit acht rüstung konnte er aber noch nicht tragen ne sieht aus bei dir auch nicht bald behält er halt im inventar kurz ja die schwerte kannst du auch noch nicht tragen behältst du drin ne behältst du drin ein kampf nahkampf angriff hinzu ein nahkampf zwei punkte maximalen schaden hinzu sieht's denn aus ich glaube so ist ganz gut so nahkampf zwölf mal punkte auch an der handschuhe gibt es aber bessere geschicklichkeits punkten stärke punkt bringt 17 gesundheit da kann er auch die schwerte tragen aber nur wenn er die handschuhe anzieht nein was weiß ich nur bessere schwert ein fernkampf angriff abziehen fügt ein fernkampf was abzuwehren und nahkampf angriff hinzu probieren was mal ob es wirklich 65 schaden macht probieren was einfach aus gleich haben wir ja glück gott wieder diese ausrüstung session es tut mir leid es tut mir leid aber es ist nötig es ist halt nötig ich würde am liebsten lassen aber dann würden wir wirklich nett nett gut vorankommen sage ich euch diese niedrigen waffen vor der stärke 15 bis die stärke 15 oder unsere leute vergeht ewig können wir gratis hier reinpacken und der todesbogen ist glaube ich immer am besten die behält den erst mal die langen bürgen mag ich nicht wie schon gesagt monatränke kriegt kriegen unsere magier den behalte ich trotzdem mal den möchte ich mal ausprobieren wie der aussieht dann später ne komm so gut jetzt du noch mal äh du hab ich schon fire spray ähm dass auch nirgendwo halt dann der schaden für ähm hier magie steht aber das muss ich halt ablesen 11 bis 15 15 ok flamme wuuh damage per second probieren wir mal die flamme aus die verbraucht zwar wahrscheinlich mehr mana aber die ist geil und bei dir ja funke bleibst du bei blitz ne du bleibst bei blitz gut jetzt starten wir unsere leute noch mal mit heiltränken weil das inventar schon fast wieder voll heiltränken aus jeder kriegt noch mal was ab ich glaube ein paar mehr und ein paar weniger der zwerg sollte ein paar mehr kriegen der hat ja nichts mehr so dann können wir uns auch schon wieder auf den weg machen hat er wieder geruckelt ja jetzt lädt die cd nämlich wieder jetzt lädt die cd wieder und es ruckelt ich kaufe mir das glaube ich noch mal über steam das geht so nicht man kann sich auch die 5 euro auch nicht mehr an ich denke mehr die 5 euro wird es nicht mehr kosten dann ruckelt es wenig nicht mehr so scheiße hallo spielchen so gut haben was wir haben so jetzt geht es erst mal weiter gegen diese fliegen mal gucken ob jetzt besser ankommen vorankommen ich halte trotzdem mal mein dings auf haar ja aha neu ausgerüstet und schon klappt es besser nur dieses diese rotes das rote ding ist da wieder über den gegner aber es hilft eigentlich eigentlich hilft es weil da kann man besser zielen und wir sind wirklich besser so kommt entweder kommt mir das nur so vor oder wir sind wirklich schon ein bisschen ja machen ein bisschen mehr schaden halten ein bisschen mehr aus obwohl die brauchen wir brauchen immer noch ziemlich lange um diese eiswesen zu besiegen lorun wer ist lorun ach lorun ist der hier ne lorun ich bin lorun ja also lange brauchen wir noch immer lange brauchen wir noch immer und hier gibt es eine abgestumpfte großachs vielleicht ist da schauen wir mal rein vielleicht ist die ja großachs und einhändig ja ich brauche mir eine neue zweihändige wache für unseren zwerg zack so oh man jetzt habe ich die hälfte der folge damit verbracht mich auszurüsten ach guck mal hier da ist wieder unser äh eismagier oha e-match oha oha z z z ist wieder in bedrängnis z war wieder in bedrängnis ja jetzt nicht mehr jetzt ist er tot solange er nicht ganz stirbt ist alles in ordnung äh ja der was soll denn das ich drück doch haare ist der andere magie auch weg das gibt es doch nicht nur unsere fern unser nahkämpfer und unsere fernkämpferin halten wacker durch so oh man was für ein tohu wabu ich halte dungeon siege was soll ich mal was soll ich machen sterben wir hier wie die fliegen weg obwohl ich die hand schon auf haar hab doch du nimmst jetzt mal heilen wenn du auch wieder aufstehst soll ich weitergehen äh ja die spinnchen besiege ich mal da oder bis meine leute wieder aufstehen der edel verdrückt ich bin ich jetzt ziemlich weit nach hinten das ist gut das ist wirklich gut so tot und verderben bringe ich euch und den bringe ich auch mal zurück ist ein maler dran ist auch gleich wieder wieder braucht der set so lang zum aufstehen der hält wahrscheinlich immer noch ein nickerchen nachdem er tot ist oder ohnmächtig so hier auch wenn er halt so wenig steigt dadurch der steigt mir zu wenig level der ja da steigt kaum was auf oh nein oh nein komm oha äh irgendjemand ist hinten gefangen unsere bogenschütze verkrümmeln wir uns hilfe ja guck mal hier wenn ich irgendwo draufklick aus versehen diese steuerung und da guck mal hier das gibt's doch nett ich dachte wir würden besser vorankommen ich dachte wir würden besser und unser unser gargoyle ist schon wieder weg ach guck mal hier da ist jemand mit der aura vielleicht deswegen unser esel und ja tötet nur unseren esel ist klar das gibt's doch nicht schaut mal her wieso ist es so schwer könnt ihr mir mal ein einmal sagen warum das so schwer ich hab mich noch neu ausgerüstet ach ja ich trink eigentlich nur noch Heiltränke guck mal der der trinkt nur Heiltränke was anderes macht der Zwerg mittlerweile hier auch gar nicht mehr da kommt der erstmal dazu irgendwas anzuwenden nein schaut doch mal ich weiß dass die Magie im Hintergrund bleiben soll aber wie wie soll ich die Taktik da in den Hintergrund bringen ohne dass das Spiel unendlich lange zieht ja du hast keine Mana mehr bla 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 jetzt hat es ganz gut geklappt aber nur weil wir uns zurückgezogen haben und wahrscheinlich unendlich viele Heiltränke am Schlürfen sind die werden die werden auch immer weniger schaut mal hier unser Magier hat schon wieder fast nichts wie soll das noch enden ich frage mich wie soll das noch enden wenn wir jetzt schon solche Probleme hier haben vielleicht sollte ich wirklich taktischer vorgehen ich sollte vielleicht Pause drücken die Magier da hinten positionieren und uns weiter vorne dann sollten wir angreifen die Magier aus dem Hintergrund vielleicht ist es wirklich taktisch kluger also so jetzt guck Pause die schicke ich ein bisschen zurück den hier auch so dass wir hier den da jetzt angreifen der da greift auch an und der ist eh nur fürs Hallen zuständig na gut unsere Fernkämpferin sollte vielleicht jetzt auch nicht ganz vorne stehen steht aber auch nicht ganz vorne aber wird von denen hier getroffen sind ja auch Fernkämpfer ja gut der geht der geht auch in den Nahkampf der blöde Magier geht auch in den Nahkampf kann ich nichts gegen machen naja was soll's was soll's ja die fliegen die stören die fliegen sind einfach nervig wie es auch schon im realen Leben so ist ne kennt ihr das wenn irgendwo eine Mücke ist macht man gleich aus einer Mücke einen Elefanten aber trotzdem ich hasse fliegen also nicht das Fliegen sondern diese Mücken ein paar von denen sind ja kein Problem die kriegen wir schnell schnell down aber so viele so puh ich freue mich wenn ich aus den Eishöhlen draußen bin Jungs und Mädels ich sag's euch ich freue mich schon wenn ich hier weg bin da schießen sie wieder auf uns von der Mauer hier auf der Mauer auf der Lauer kennt ihr das jetzt eine kleine Wanns sitzt ein kleiner was ist das Eisbogenschütze und da kommen sie wieder oh guck mal hier eine Ringelkappe was ist eine Ringelkappe das schaust mir gleich an du noch mal jetzt will ich mal gucken was eine Ringelkappe ist Ringelkappe Ringelkappe ist das hier Verteidigung 4 hm gar nicht mal so schlecht komm was mit Heilung 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 was mit Mana und ich verziehe mich erstmal wieder jetzt sind mir dann wieder zu viele Feinde vorne ist ein Schild werden wir gleich sehen wo lang es geht so lange sie ja unsere Nahkämpfer angreifen ist es ja no problem aber wenn sie dann auf unseren Guck mal jetzt gehen sie wieder auf den Magier wie sie so schön cleart ich liebe diese Töne also die Kampfhöhle sind heute auch noch geil irgendwie sie sind so so trashig dass sie schon wieder toll sind jetzt schau ich mal der dürfte eigentlich kaum Heiltränke haben kaum mehr ist gut der hat gar keinen mehr wir benutzen da so wenig momentan ach guck mal der benutzt wenig kriegt unser Magier erstmal von allem wieder ein bisschen welche ab ich bin eh wieder obwohl ich fast mein ganzes Geld jetzt für scheiß Heiltränke ausgegeben habe bin ich wahrscheinlich eh nachher wieder im Mangel 100 pro hier geht's ja glätteteil will ich nicht wir sind richtig obwohl wir ja in äh Gerants Handelsposten gar nicht müssen gehen wir trotzdem wahrscheinlich hin da können wir bestimmt ein paar Sachen wieder verkaufen kriegen wir Kohle vielleicht auch ein paar Heiltränke wieder kaufen das wäre nicht schlecht also Heiltränke benötigen wir ja wirklich momentan klappt es mit der Heilung wie die von dem Magier eigentlich ziemlich gut da hatte ich eben selbst alles weggeheilt und so ein paar Spinnchen sind ja auch kein Problem hoch wollen wir denen hey wollen wir denen gelassen wo macht denn der rum hallo äh wo macht der denn rum hoch hätten wir ein paar Kisten vergessen gehen wir nochmal hin vielleicht ist da ja wirklich ein Heiltränke drin hier folgen habe ich vergessen anzumachen oder was wo war denn jetzt da hinten da könnten nämlich noch ein paar Heiltränke drin sein auch wenn es nur kleine sind die wir eventuell doch benötigen schaut gut dass ich nochmal hingegangen bin auch wenn es nur einer ist wir brauchen jeden einzelnen Heiltrang den wir kriegen können Gold ist natürlich auch immer gut zack zack und finish so das war es mit der Folge nein fünf Minuten spielen wir noch fünf Minuten haben wir noch Zeit oder na nicht mehr ganz eigentlich würde ich jetzt gerne gleich aufhören wir besiegen noch die gehen den nächsten Gegner na da kommen diese Fliegen raus aus dem scheiß Ding da sehe ich schon da sind sie auch schon und noch ein Fernkämpfer ein Eisbogenschütze erstmal hier nein kommt dann kümmern wir uns doch erstmal um die um den Eisbogenschützen habe ich gesagt um oh weg 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 so kommt her Mann 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 und da schießt wieder jemand auf unseren Esel da schießt wieder jemand auf unseren Esel halt den doch mal jemand verfluchter Mist unser Markt das gibt es nicht dann lassen wir den Esel halt sterben wieder oh Mann ich rede mich nur noch über das Spiel auf merke ich meine Nerven gehen mit mir durch irgendwann liege ich hier mit grauen Haaren auf dem Boden und wälze mich nur noch und sagt Danschensieg 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 was was wahrscheinlich von ein paar Schüssen wahrscheinlich von ein paar Schüssen von den elenden Bogenschützen noch mehr einer noch ich weiß es ist nervig wenn ich mich über das Spiel aufregt und wahrscheinlich ist es auch schon so zum Gag geworden dass wir die ganze Zeit unsere Magie ja nur sterben aber keine Ahnung wieso ich hab keine Ahnung ist ja jetzt egal kann man nicht ändern ok dann mach ich jetzt mit der Folge gleich erstmal Schluss genug gestorben genug gezockt genug gemetzelt ich hoffe in der nächsten Runde klappt es wieder besser das hoffe ich aber jede Runde um ehrlich zu sein aber wir sind ja hier bald draußen wir sind hier bald draußen oder ich hoffe es mal na gut ein paar Eiltränke hier haben wir noch der Esel hat ja hier auch noch ein paar die können wir gerade noch mal verteilen so gerecht aufteilen mhm wobei unsere Magie hier zum Beispiel der Magie bräuchte eigentlich ein paar mehr oh 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 bei dem wir noch malertränke ja und der hat gar keine Mala Tränke mehr oder doch doch der hat noch genügend der gibt mir ein paar ab weil der hat bald keine mehr so ok gut ich mach mal Schluss mit der Folge ich wünsche euch was und freue mich wenn ihr dann wieder da mit dabei seid tschüss ja ja forever jetzt